Lass hier Lass hier Neues Test von Rock of Ages dieses Spiel ist gerade auch mal wieder zur Verfügung auf Steam für zwei drei Tage und wir zocken einfach mal eine Runde Rock auf Ages Singer Player Lernprogramm da rollt ein Stein sieht traurig aus Süßpuss Prozent Fick der Lehne 1.30 Prozent der Stein dessen Minuten und die Nils wird aus Fester Alter ich bin in die Bildung Krono die Anwendung um und deshalb groß noch mal von vorne los vor wie bei jesus das auch die ganze Zeit ist Kreuz nach oben Alter das ist eine perfekte Ratte noch mal noch mal noch mal den Böse kaputt rollen zum Tor rein gute Idee alles Stein gegen was weiß ich gegen alles irgendwie zerstöre die feindlichen Tore oh toke wow woooooooooo ach so wow bamm 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 hahahahah mein Gott ich muss viel reing konglea hehehehe das Spiel ist lustig 3 Kuhmuchung hat er ist aus dem Kapitel großartig gewöhnt an die vorgesicht werden die Arbeiter andere Felsen die Ansicht mit größeren mein fest unser Geld ist reichlich wir haben kein Geld um uns in der Fressur zu kaufen lasst uns einige Dinge auf dem Weg unterzustellen um Gold zu bekommen verstanden ja ich will nicht weitergehen ich habe es mir durchgelöst stopp ja ich bin nicht an zu auf ja auch ich habe es verstanden dort hohohoho hohoho daneben scheisse ich weiß dass es der falsche Weg ist aber ich baue ein bisschen mehr Speed oooohhh sterben wir das ooooh das war fast kaputt schau auf das der Feind baut mehr Abwehranlagen um die Festwoche zu stoppen ich möchte den Felden stärker ankommen ooooh 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 Agamemnon! Das ist Sparta! Ihr seid der des Berges baunt, um ihre Felsberg zu stoppen. Okay. Ähm, wohin? Lass doch. Eine Kuh? Okay. Du kannst nur aufhellen, die Fliesen bauen. Wenn eine Einheit gebaut hat, wird ein Stück Land gebaut. Und dieses Quartal wird dunkel. Äh, ja, wo soll ich bauen? Nein, da nicht, oder? Gut. Ähm, bauen wir einfach mal... Hier. ...Hier. Und... Hier. Und hier. Ich glaub das sollte reichen. Ähm, was ist das denn? Katapult schießt Projektilien an einen bestimmten Radius... Achtung diese Einheiten sind dellify- Egal, wir haben jetzt ein Stein... Seinzeug robotics stacken 2 Viktor Pinz Gegner rollt! Achtung! Nein! Scheiße, ich wollte den Schlüssel holen. Damelstein. Neustart. Böser Stein. Mag das Spiel, das ist verlustig. Da hat er seine Mauer gebaut. Oh Gott, wir müssen drüber und Sprenger halten. Oh, klassisch. Jetzt. Boaz! Ach, da kann ich nicht bauen. Wir machen hier aber auch so eine Mauer. Ich dachte, wir müssen ab unserem Ding dann anfangen. Und dann hier auch. So. Gut, was kann man denn hier? Stein? Nein. Ähm, Katapult. Machen wir einfach mal hier ein Zehen. Was machen die? Viel interessiert, um die feindliche Felsbogen anzugreifen. Okay, machen wir hier noch ein paar. So. Und das, glaube ich, sollte erstmal reichen. Was ist das denn? Spawn. Irgendwie Mauer. Stein. Nehmen wir mal so einen fetten Stein. Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambam. Gegner, Harald! Schatz! Scheiße, meine Abwehr ist weg. So, der Gegner hat sich jetzt durch unsere Mauer gerollt, aber das wird mich nicht aufhalten. So eine fette Mauer, so eine doppelte Mauer. Da kommt er sicherlich nicht mehr durch. Nachher noch so kühlen. Patz, 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 patz. Ah, ne, wir können auch den Normal steigen. Okay. Wollen wir durch den Normal steigen? Nein! Scheiße! Aha! Ja, das sei jetzt ein bisschen fähig gestartet, aber das macht nichts. Denk ich mal, hoffe ich. Da will ich jetzt mal nicht durch, oder? Ah, doch, wir kriegen Geld. Na, komm schon! Nein! Äh, fuck! Äh, bisschen wallhacken schadet doch keinem. Ah, ah! Ah, du Kacke! Nein, 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 nein! Ah, ah yeah, banca! Ehhhh! Jaaa,ер, ha, hah', du hast gem�니다! ja was war es schon nein das war jetzt nicht wirklich das spiel nein oder spielzeit nicht wirklich so kurz ach man das spiel hat echt vollfahren gemacht ganz ehrlich das spiel ist schon vorbei ja okay dann ja also das spiel ist echt hammer geil ich empfehle es euch auch mal zu zocken ist richtig witzig einfach alle leute so umzumetzeln das spiel lohnt sich echt probiert es ausschaut euch einfach mal an ist richtig hammer geil schaue ich ob ich es mir auch kaufe schon mal gleich erst mal den preis an aber ich würde es definitiv spielen denn das spiel ist einfach nur richtig hammer geil das war es auch schon mit dem test von rock of ages vielen dank dass du eingeschaltet hast und schalte beim nächsten let's test einfach wieder ein tschülü